Hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal wieder zwei Magitek extra Booster aufmachen und wir fangen gleich erst mal an mit der Nummer 1. So. Und da haben wir gleich ein Fan-Favorit. Das ist die 551 Schäfer. So, dann geht es weiter mit 457. Das ist Wolf. Dann geht es weiter mit 528. Das ist Tojan. Dann geht es weiter mit einem Fan-Favorit mit der 556 Silvester. Dann haben wir wieder ein Fan-Favorit. 571 Boll. Dann haben wir 459. Dann haben wir 460 Friedrich. Dann haben wir 498. Ja, Ochs. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann haben wir 452. Was? Ja, Stein. Und ein Match-Winner. 582. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Gut, das war das erste Pack. Jetzt kommt das zweite Pack. So. Dann haben wir wieder 571, 50ποi auf dem Boxvern. den habe ich also doppelt jetzt. Dann kommt 468, Idovic, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Dann kommt 476, Hammert, auch da hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe, dann 457, Wolf, dann 451, ja, ich lese es selber, dann 495, dann 500, dann geht es weiter mit der Kartennummer 460, Friedrich, auch die hatte ich eben in dem einen Booster schon drin, dann haben wir ein Hedrick Held, 592, Lamwowski oder Lewandowski oder so ähnlich, ja, manche Namen kann man sehr schlecht aussprechen, so und dann haben wir ein Fernfavorit, 539, ja, gut, das waren mal wieder zwei Pakete oder zwei Booster Magitech Extra, ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.